Die Europäische Union verabschiedet ein globales System gegen Menschenrechtsverletzungen. Sanktionen und Menschenrechte auf dem Weg zu einem europäischen Rahmen zur Bekämpfung von Menschenrechten, Verletzungen und Verstoßen weltweit. ARIZAHY LACHEN ACHIEKM WRAHBKUM MEN KALB ALGASM MEN NEMSAWIYAH VIEENA LAKA اليوم حول أهمية الحرك القانوني ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. ولسيما بعد قرارات المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان لفتح الباب واسعا لمقاضات الأنظمة القمية التي تقوم بتعذيب المواطنين أو إعدامهم خارج نطاق القانون. أعزائي المشاهدين إن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران بالغان الأهمية لمنع الانتهاكات والنزاعات والعنف وبناء السلام وإستدامته. فثمن انعدام الأمن واضح جدا في جميع أنحاء العالم متمثلا في انعدام العدالة والإفلات من العقاب على الجرائم والنزاع بشأن المظالم التي لم يتم معالجتها وخاصة السلطات القمعية في العالم العربي التي لا تخضع للمساءلة ونحن بحاجة إلى أنظمة الحوكمة تكون فيها جميع الجهات المسؤولة خاضعة للمساءلة بموجب القوانين وبشكل متساون أمام القضاء المستقل بما يتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان أعزائي المشاهدين دعونا نرحب بضيوفنا معنا في السوديو الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام أهلا بك أستاذ توفيق ومعنا على الهواء مباشرة من باريس الأستاذ عبد الحميد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة AFD الدولية لحقوق الإنسان أهلا بضيوف الأعزاء شرفتمونا أهلا بك أستاذ عبد الحميد عبد المجيد أستاذ عبد المجيد أعزائي دعونا بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم شاون في سوزامن تياريسة روبرتاجة أستاذ عبد المنشروع والحوالات كيف خانل في المجيد أو الجانب كيف تتهروي فلا نشاهد قراريس وارم كيف تتطويم الأشخاص عبادة الواقع في المنشروع كلها الفوضي المنشروع على المقدس وكيف تتطويم أو العمد الأحياء أو الاصنعضة Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 in die Arbeit. Und die Arbeit im Rahmen in den Kolben des M bilden. Die Unwennung der EFD-Denwanderung ist ein Witz der Welt. Die EFD-International-EFD-International-Denwanderung ist eine 600-2005-Jährigen. Und in der Bedeutung der EFD-International-EFD-International-Denwanderung ist ein ein sicherer Bezüge. In der Bedeutung, in der Bedeutung der EFD-International-Denwanderung. In der Europäischen Union ist eine sehr unterschiedliche Anwesen, in der Europäische Regierungserung von der EU-Denwanderung und anderen Menschen, in der Europäische Regierungserung, die Menschen in der Europäischen Union geplantierte. der ersten Einrichtungen des Euronischen im Berksil-Eureksele wurde. Wir haben den Einrichtungen auf der Bersil der europäische Basis-Eureksele, und sie befinden uns alle europäische auch um die Europäische Einrichtungen zu verbinden mit Europa. Die Europäische Basis hat sich in die Einrichtungen bestand in der Europäer und die 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 Europäer und der Schwerkung der Ölosters. Das ist der schönste Aufmerksamkeit. Der von der Schwerkung der Ölsterwischen und der Schwerkung der Ölchester. Und das ist ein durch die Fahrer der Öl touchdowns und die Aufmerksamkeit von der Ölgeschichten. Und das ist der Welt nicht alles. Es ist ein Überstand nach dem Anwesen durch das Konsequen von den B�이onen und Räisters. Und ich habe also eine�leitete Beine Germanen und das D-D-Dollar-Einsicht besagt. Es ist kein FD-Dollar-Einsicht. Das hat die FD-Dollar-Einsicht. Wir haben eine Art und Weise, eine Art und Weise, eine Art und Weise. in 2008, in der erste Dachau war, um Ocampo. Ich bin der Einwohner der Unterrichtung des Dachau. Dann in 2012 und 2014 und so weiter. Dann haben wir und wir arbeiten über den Mocern. Das war, dass wir Einwohner mit dem Dachau der Dachau in der Dachau. Dann der Dachau auf den Dachau. und den Wolle-Eich-Sami. Dann wurde es unter der Verdauung auf die provemte über die Einladung. Er hat den Beinselmann und Bein Zeid voran, voran die Erwachsen mit den Emotionen und in den Erwachsenen. Dann wurde er unter anderem in den Umwelten anderen stunden. Und in den letzten Wochen, die Europäische Union haben, die Europäische Union und die Europäische Union haben, Es ist ein gewisseses Gesetz, dass man die Möglichkeit, die Menschen mit einem Menschen zu verändern, in der Gesellschaft oder Menschen zu erzeugen. Es ist ein gewisseses Gesetz, dass ein Europa-Machambe ist. Er hat sich über die Veränderungen zu vermitteln. Er hat sich über die Möglichkeit, die Menschen zu vermitteln, um die Menschen zu vermitteln. Wie sieht das den Europäischen Fortschritt aus dem Europäischen Fortschritt aus? Ja. Ich möchte die ersten Einwohner im Zusammenhang mit dem Europäischen Fortschritt aus dem Europäischen Fortschritt. bis zum Beispiel der Europäischer Lorte und der Europäische Verkaufs die wir nun haben, und die Änderung und Änderungen haben, die nicht verhindern, in den Änderungen und Änderungen, in den Änderungen und Änderungen zu machen. Wir haben die Einstellungen zum Beispiel mit dem Änderungen gemacht. I haben die Nachfrage und die Gelegenheit mit dem Änderungen gegründet. Ich glaube, dass ich mit dem Änderungen verletze bin, mit dem Änderungen, mit der Änderungen mit dem Änderungen zu tun. Und die die Änderungen, der auch so sehr gut ist, ist die Kommunikation entgegen. die, also wirst die Nr.A. oder die Nr.A. im Hinblick auf die Nr.A. und die Äthnienste und die Ära. Die Europäische Union sind von 47 Ländern. Ist die Frage, die die EU-Nachrichten verändern, sind die Menschen verletzten? Oder ist die Europa auf dem Land? Es ist eine Art Quarantin und nicht mehr als Quarantin. Und in der Endeffekt, die wir nicht mehr machen wollen. Und die wir in der Kirche leben können, in der Kirche und in der Irak leben können. Und die Menschen, die sie leil und die Menschen haben, die wir nicht mehr haben wollen. Und nicht mehr, was wir haben, was wir haben. Das ist eine Frage, Herr Präsident, Herr Tafiq. Wir haben nicht mehr die Quaranten. Haben diese Quaranten die Stadleren verletzten? Ich glaube, die Quaranten der Stadleren von der Europäischen Union sind die Stadleren verletzten. Das ist ein Stadler. Auf der Fall, bei der Dörl der Ärzte. Bei der Dörl der Ärzte. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Stadleren die Stadleren verletzten, dass die Stadleren verletzten, die Stadleren verletzten, die diese Stadleren verletzten. Und zwar, dass die Stadleren von der Stadleren verletzten, die Inhalte der Menschen auf den Un und für die Erde in den Rechten und Regards. Wir haben vor Weitゃmoluz, über die Scherke übers Orleans genommen. Diese Reaktion, die unsere Schlechte die Stadleren verletzten, ist die Stadleren verletzten, die Stadleren verletzten, die Stadleren verletzten, die Arbeitsbe PM. Sie tun diese Formaten, die den Stadleren zwingen zu lassen. Und dass es nicht mehr als Wassermittelste und Qualifiziven gewaltt, die da ein Verletzten zwingen ist, Das kann für einen Menschen, die einen Menschen zu finden. Ein Wunderschönes, mit dem es ist. Das ist auch ein Wunderschönes. Und auch die Einwunderschönes und die Einwunderschönes mit einem Wunderschönes ist, was man nicht mehr vor dem Menschenrechten. Sondern in der Yemen oder in der Klinik oder in der Klinik oder in der Klinik. Oder in vielen dieser Diener. Die Menschenrechten waren auch die Gaheiden für die Ausdauber ein Wunderschönes mitzulteren 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 oder mitzulteren und mitzulteren und mitzulteren die Menschenrechte Der Schauspieler ist eine andere die Höhle der Beste ist, wenn man benötigt, oder den Bedeck der Besagung ist, oder was er ist? Auf der Lage ist? Die Lage ist, wenn Europäische diese Niederländer und sich einen großen von den Niederländer und viele von den Das war die Menschen, die sich von den Ländern befinden. Und sie kommen zu den Europäischen Ländern. Und ich glaube, wenn ich das Verstehen. Und das Verstehen. Ich glaube, dass es ein Verstehen. Ich glaube, dass es ein Verstehen. Ich glaube, dass es ein Verstehen. Das Verstehen. Und das Verstehen. Und das Verstehen. Die Frage ist natürlich. Wer kann das Verstehen? Das Verstehen. Herr Abdelmage. Wer ist die Wahl? Wie bin ich als Verstehen? Ich bin aus Syrien oder aus Syrien. Und ich bin aus Europa. Ich bin aus Deutschland. Ich bin aus Europa. Ich kann mich für meine Schulden? Ich bin aus dem Verstehen. Ich bin aus der Schulden. Ich bin aus den Schulden. Ich bin aus einer der Familie. Und du hast diese Schulden? diese Äuropäen in Europa, in Nahaay oder in Strasbourg? Ja, wir haben uns über die Veranstaltungen in die Veranstaltungen auf den Veranstaltungen zu stecken. Das ist die Veranstaltungen, die nicht die Veranstaltungen aus der Veranstaltungen, aber in der Veranstaltungen in der Veranstaltungen, im Jahr 20. Das Veranstaltungen auf den Veranstaltungen und die Veranstaltungen auf die Veranstaltungen im Wesentlichen. der Schurung der Schweiz der Europäer. Wicke an es gibt eine In der Tat, Aingebaut. Und wie es war, war. Und wie es war. Wie war, Das ist die Wahrheit. Das sind die ... ... ... ... ... ... ... Er ist eine große Herausforderung. Das ist eine Frage, die sich um zu denen ihr Eureopie, in der Eureopie und in der Eureopie ist der Niedagung. Das ist der Niedagung. Das ist der Niedagung. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben hier in Fressen ein Niedagung mit dem der Niedagung der Fressen über die 14-jährigen über die 14-jährigen der Niedagung. Wir haben die Niedagung in der Niedagung. Aber wir sind in der Niedagung, dass er vor allem anderen einer Frangige oder der Niedagung der Niedagung hat er von der Niedagung hungert, Projektträtung der Niedagung die Niedagung hat die Niedagung von der Niedagung in der Niedagung von dem Niedagung hat er das vorgesehen von der Niedagung Es gibt einen Tafel zwischen den beiden? Ja. Es gibt einen Tafel zwischen den beiden Tafeln. Nein, weil es in der Stadion steht. Wir haben eine Stadion in der Stadion. Sie hat sich in den Stadion in den Stadion in den Stadion, und in den Stadion im Stadion. Und im Stadion im Stadion, die die Stadion ist, die der Europene Aussage hat, ist die Europäische Aussage. Und die Europäische Aussage hat. dass die Entwicklung der Bezämpf ist, diese Bezämpf ist, die europäische Bezämpf zu wollen. Die Bezämpf ist, die Europäische Bezämpf jetzt ohne den Bezämpf zu erinneren. und un Vince hat das Bezämpf. Aber es geht, wenn wir keine Bezämpf, die sich auf die Bezämpf zu schiefen, ohne die Bezämpfste Bezämpf zu erinneren, была, was die Europäische Bezämpf hat. Denn die Bezämpf ist, dass die Bezämpfste befehlten, die Bezämpfste an den Bezämpfsteh, die Bezämpfste, die Bezämpfste, um diese Bezämpfste. die hinderheit der Wirtschaft. Im Wesentlichen hat die Europäische sind diese Sprache. Ihr braucht eine Sprache nach dieser Sprache. Und keine Sprache. En der Sprache nach nichts. Die Europäische Sprache sind die digitale Europäische Energie, da wir keine europäische Sprache. Hier gibt es die europäische Sprache. Man kann man also untersträd정en können, auch unter Sprache. Das ist das in die Tür. Oder eine verdächtige Sprache. die eine große Werte von Frensienk anwesend vor dem Kraw virtualen. Und diese Werte in die странen, die die Werte von Frensienk ist. Das ist das Werte von Frensienk anwesendet und das Werte von Niembran. Die Werte hat sich um die Werte von Frensienk anwesendet und die Werte ausgesagt. Die Werte von Frensienk anwesendet ist, eine Werte von Frensienk anwesendet. Das ist eine Werte von Frensienk anwesendet. ist, dass man sich um die Verwalt zu machen und sich um die Verwalt zu machen. Wie ist die Menschen, die sich um die Verwalt zu machen, und die Verwalt zu machen, um die Anzimaten zu machen, um die Verwalt zu machen, oder die Verwalt zu machen? Und sie haben nicht mehr. Was ist das Ziel, um die Erwung zu erzeugen, dass er die Erwung zu ermöglichen? Wenn er nicht im Geld hat? Nein, das ist eine Nachteilung. Die Menschen im Regierungsverfahren sind, wir arbeiten in der Dachung. Wir brauchen Dachung von den Menschen, die ich in der Dachung. wie wir mit der Kunde haben, die Sie sich über die Kunde zu eröffnen. Und wir haben uns das Kunde zu eröffnen, um diese Kunde zu eröffnen. Denn die Forderung der Forderung der Forderung von der Kunde und die Verwärterung von der Kunde zu eröffnen. 22,000 Euro. Das war, und die sich dann nachdem, nachdem sie von der Kunde zu eröffnen. In der Kunde, die Eröffnung von der Kunde zu eröffnen. Und die Kunde, die Schafafung und die Wurzeln, nachdem sie von der Kunde zu eröffnen. Das ist ein Thema, das ist ein Thema. Wir schauen uns die die Frage zu finden. Das ist ein Thema. Das ist von diesenen Wahlen und diesenen Wahlen. Das ist eine Frage, dass sie mit dem Weg tun, wie es ihr betreend ist. Und wie er die Schroeder hier im Fранshaus ist. Es ist hier bei Forderung, wo es hier mit Forderung gibt es, mit anderen anderen. Und die Schroeder nicht das ist. In Forderung, dass es ein Beispiel gibt, dass es mit einem Weg geben kann, mit einer Trennung, mit einer ganzen Werteilung und von der Trennung. nicht für die Schwerste. Aber er braucht sich die Bezieher auf das. Denn es wird nur ein Unterdessen sein. Es gibt kein Unterdessen. Es gibt eine Schäuze. Wenn es hier ein Schäuze gibt. Das ist eine Sache. Es ist eine Frage, eine andere, sehr, eine zuzaheien. Es gibt etwas, was es ist, Dieseалась mit der Verkaufnahme der Fremde der Verkaufnahme. Und die Fremde, die Verkaufnahme Und das ist, dass wir uns über die Einwanderung über die Einwanderung über die Einwanderung über die Einwanderung haben. Er hat er ein gewissem was zu machen. Wenn man ein Mann für die Möglichkeit신 haben, was er oder ihr von Ehren durch meinen Erlangen Geld muht her? Nein, so etwas. Ihr schaum ja, dieses schaum è, wenn man das so ansprricht, wo man andere endoworte sind. Ich frage es, ich frage es, ich frage es, für andere Menschen ich frage es noch. Usteras jemanden, Wir haben in den letzten Jahren die viele Menschen im Rahmen der sozialen Verhältnisse verändern, aber die Erwärterung hat die Menschen verletzten, oder die Menschen in die Menschen verletzten, in der sie mit einem Verletzten, die Menschen verletzten, die Menschen verletzten, die Menschen verletzten, Und wir sind immer wieder auf diese Weise, dass wir zum Beispiel in den Gelegenheiten gehen. Wie Sie uns die Frage stellen? Und was die 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 Sie in den Gelegenheiten gehen? Und in der Lage ist, dass wir hier auf der Erde gehen. Hier gibt es ein Gelegenheiten, ein Gelegenheiten, ein Gelegenheiten, ein Gelegenheiten, ein Gelegenheiten. Hedf das ist, dass du diese Antithaak selbst entscheiden musst. Diese Antithaak sind, um sich zu verbessern, die die Eine Verkauf von der Auflagsung mit der Anregelung zu beleidigen Wonnühen. Es gibt die Antithaak-Alle. Herr Antithaak, die Antithaak-Allein, die Bilder mit der Stärkung im Auslöschen hat. Die Antithaak sind immee Sie auswalt, koppel shell. Diese Antithaak ist auf eine Ärdanz und Achtung, wenn wir taten. Es geht darum, dass die Erhöhung auf die Erhöhung des Unternehmers auf die Erhöhung des Unternehmers. Und auf die Erhöhung des Unternehmers. Aber dies ist das Problem noch, in den anderen Anwälten. Weil es noch zu einem anderen anwälten. Und viele Menschen sind sehr auf die Arbeit. Es ist nicht möglich, dass die Erhöhung des Unternehmersen ist. Das ist ein Punkt, die ich möchte. zu sprechen. Ja, bitte. Die Menschen sehen, dass die Erfolgen von den Sigm oder die Erfolgen von dem Erfolgen von dem Erfolgen von dem oder dem Erfolgen von dem Erfolgen von dem Erfolgen von einem einen einen en Aber der Fall ist, was er auf dem Gebetpfeilgarten hat, was er an uns zu haben. Und er hat sich für die Verpflichtung gemacht. Also in diesem Fall, die Verpflichtung sind, von der Schwoene in den Schwoenen. Und sie haben in einer Schwoene auf dem Schwoene. In den Schwoene? In den Schwoene. In den Schwoene, aber die Schwoene waren von den Schwoene, die waren als die 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 Erwärmacht der Europäischen Union für die Bende war. Die Verpflichtung haben, weil wir eine Anwärme aus einer Schwoene verurscht haben. Jetzt hat man einen Schwoene an, dass ein Schwoene ein Respekt. Er ist auf der Erde, ohne dass er sein sämt ist. Er ist sogar nicht mehr so schrecklich auf den Schweren. Deshalb ist er nun sehr gut in den Schweren aus dem Himmel. Er sagt, dass er ein Frau und seine Frau und seine Frau und ihr was. Das ist ja nicht so, dass er sich auf den Reisen auf den Reisen. Die Menschen mit dem Wagen und dem Wagen. Diese Wagen und die Wagen. Die Wagen. Die Wagen und die Wagen. Die Wagen. Und die Wagen. Und die Wagen. Und die Wagen. Es gibt eine große Vermögennis für die Einfluss in den Rechten. Das ist das Thema. Die Menschen haben die Erfung des Regionen. Die anderen haben die Erfung des Gutes im Gesellschaften. Das ist der Erfung. Herr Präsident, ist er schade auf die Stadt der Schamle oder die Stadt der Schamle? soweit im Rahmen der der Lahaie oder im Rahmen der Europäischen Union. Habe ich Angst, dass alles, was passiert ist von der Geräum und der Menschenrechte von den den Anziken. Habe ich Angst, dass ich Angst, dass die Menschenrechte nicht in Irak oder in Syrien oder in Syrien oder in Mصrieren Warum ist diese Behörden nicht so ein Problem? Die Behörden nicht so ein Problem mit der Behörden zu erzeugen. Das ist ein Problem, ohne die Veröffentlichung der Behörden zu verabschieden. Die haben die Veröffentlichung der Behörden zu verabschieden. Ja, das ist eine Behörden. Es ist wichtig, dass Sie nicht die nachdem, in der Tat zu verabschieden sind. Wir brauchen eine große Analyse für die die Zeit nach 2027. Nachdem wir sie wieder geholfen haben, eine erste Veranstaltung hat. In 2008, nachdem Sie das Bestand auf O'Campo geholfen hat. Die Veranstaltungen sind eine große Herausforderung. Es ist wichtig, dass Sie sich die Gesellschaften weiterentwickeln. und so weiter. Die Der Wettbewerb der Wahl im Wettbewerb der Wettbewerb Die andere, die verläuft, sind bei den den deutschen unter dem Land, für den Anwesel. Oder in den Anfragen. Die Handelskuchen, die 15 finde ich, die Anwesel betreft, die vor allem im Hormen, die die Anwesel betreft. Der Bedeut, was sie im Hormen betreft, bis die Anwesel betreft, ist, die Anwesel betreft zuld. Oder ist die Anwesel betreft. Lass die Hälfte von der Verküren Die Verküren nach dem Weg zu den Hüllen Die Verküren das ist heute wir haben Sie haben eine in Mose eine in den Hüllen Sie haben in den Hüllen und mit dem dass all die den Hüllen haben sie sie nicht sehen die 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 gener der die 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 Und die Menschen und die Schöne sind, die bei den Nischatischen Glauben sind. Was das alles schiefst auf die Begeisterung? Die Begeisterung vom Schönen-Hüsten? Nein, ich habe nicht schiefst auf die Begeisterung. Ich habe nicht die Begeisterung. Die Begeisterung haben diese Begeisterung von den Begeisterung. Die Begeisterung von den Begeisterung. Er ist mitgekäั่chen in den Kasten. Es ist ein Lang 어�alt für Kita-Zeit. Das ist ein Untertitel, der ist eine Art Gremel und das ist ein Angesinn. Wir haben jedoch noch ein Nahrungs- und wir haben ein Niembrach. Wir haben eine Art Gremel und都是 eine Art Gremel. Das ist das Grund, was wir uns das tun? Wir tun das, was wir intensiv sind. Wenn wir da einșorbenen Niembruch werden, dann können wir es um nur ein Niemorgen. Wir haben das, was wir haben. Wir hatten eine Menge Mocere. pasta und ich habe jetzt auch mit den Niembruch zu gestalten. die 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 Verkaufel in der Berlangen die 12 von Römer die 3. die 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 in der Wolle in der Wolle haben. Das war die Wolle Wir wollen die Verkaufel für die Gewalt der Gewalt gewinnen und den Wettbewerben 2019 Es ist nicht so einfach. Bis zum Jahr 2020 war es in Aude aber es war aber es war von der Zeitung. Ja. Es gibt einen 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 anderen für einen wir er Das ist das, was wir uns auch für die Ältestein anwälte. Wir ningen lassen sich nicht auf den Neukölln. Wir haben keine Ärzte, die es gebetet hat. Wir wollen keine Ärzte, von der Europäischen Union. Wir wollen die Nachrichtung des Gämmels auf den Schraubst. Wie ist es für die Leute, um den Schraubst zu dem Auslöschen? Wir wollen die Zürich oder die Zürich für die Zürich. Warum ist die Erkunde? Er hat sich nicht bewusst, ob Sie als Erkunde sich die Erkunde durchführen. Ja, das ist es für Sie. Auf jeden Fall ist er eine Verpflichtung. von den Das ist eine sehr wichtige Frage. Und dass die Antwerpen die in den Ratschlande in der Yemen wurde und eine Verteilung Und sie wurde eine Verteilung und eine Verteilung aufgrund der Gesellschaft. Und es gab eine Mängende von den Bezüchten, eine in der Brichtlinie gegen Mحمد بن Zayed und Mحمد بن Sallimán für die Antwerpen der Menschen. Und es gab auch eine andere von der Tatsache, wegen der Späne auf der Saalte der Abenteilung im Jahr 2017. Das ist die Wahrheit, dass sie mehr als 100%. Und jetzt gibt es eine dachwäge gegen den Frennissen, gegen Mحمد بن Zahel. In der Schöne war er, aber in der Schöne war eine gewisse Gaheude, die in der Schöne war, in der Schöne war, in der Schöne war. Und wenn es eine gewisse Gaheude war, wenn es eine gewisse Gaheude war, ist, wenn es eine gewisse Gaheude war. Aufgrund der Schöne war, die Schöne war die Schöne in der Schöne war. Die Schöne war die Schöne war, in der Schöne war, in der Schöne war 2017. Und es entstand etwas Lachen. Und es entstand etwas Lachen. Die Entzündungen haben sie sich in Riechen. Der Armature und die USA war es war. Und den Riechen. Sie wurden nicht zu soh tema einen Reichsschrauch. So lange diese Bundeslögen. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. In der Zwischenzeit im Jahr 2019. Es hat sich in einem großen Fall. Das ist eine große Verkaufnahme. Und das Sieg. Und er hat auch gesagt, dass er das Problem ist. Und wir haben uns eine Hinweise, die in den Verlangenen mit der pluralen Einwohnen ist. Und in der Situation, die ihre Anzute An saga ist, in der Verlangenen, was wir in den Anzahl an, was ihr an was zu haben. Die Anzahl an sie bis zu lange Anmöten, die man anschaut, in den Menschen entgegen musste. Wie werden sie in der Wiener gezwungen sind. Die始gez sich selbst viel,今日は in den Empfehlungen zu gehen. Denn wir sind nicht auf die neue Anzute, die sich in die Mutter auszunut, was zu lassen, in den Ereignen nicht zu lassen. Und sie sind nicht zu helfen. den Erfragm an dem Erfragm. An welcher Anfragen im Raum, im Raum, im Raum. Man hat es nicht mehr so viel zu tun. Er ist die Frage, die sie nicht unter dem Erfragm. Es gibt viele Dinge, die Aufmerksamkeit von dem Erfragm des Echtes. Einerseits die Aufmerksamkeit er hat es zu den Erfragm. Er hat es die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Erfragm. Aufmerksamkeit, die Abenteuerung. Es gibt Menschen, die Aufmerksamkeit zu tun. Und die Gelser der Überlegung, in den Yemen, in den 29. von den nächsten September. Das ist eine große Herausforderung zwischen den Diensten und der Eurowalden. Und die Eurowalden, die die Eurowalden der Eurowalden, in den Wurzeln und der Eurowalden, in den Wurzeln, die Corona-Eurowalden und die Eurowalden, die die sich verletzten, was es nicht möglich ist. Wir haben eine solche Eurowalden mit einem der Eurowalden, die Britannien beteiligt hat. Dolar. Oder Gnih Stirlaini. Selaح للمملكة العربية السعودية. Achtet اليمن ما يقارب 400 ألف مساعدة ثانية. بل أن الحكومة البريطانية اخترقت قرار من المحكمة العليا البريطانية. بعدم التشبيك اللوجستي مع القوات السعودية. ومع ذلك اخترقت هذا القرار من أجل مصالح مادية. اليوم فرنسا بلجيكا. كل الدول. وبالتالي باعتقادي حتى القرار الأخير والتقرير الأخير لجنة الخبراء. أشار إلى أطراف غير مباشرة تغذي الصراع في اليمن. وتساهم في ارتكاب حقوق الإنسان. وذكر فرنسا. وذكر كندا. وذكر بريطانيا. ومريكا. إذن دعونا نشاهد هذا التقرير حول ما يحدث في اليمن. ونتطرق من بعد عن تلك الدعاوة المرفوعة ضد محمد بن زايد. وإلى ماذا وصل الملف بالنسبة لمقدراته في فرنسا. شاون ويسو زامنتي تسفايته روبرتاجه ونكمن في تسريك. Amnesty International filmed this footage close to the northern city of Sada, a Houthi stronghold. Local villager Qassem Salah al-Shaiba says the airstrikes destroyed his house. He denies any link to the rebels and shows a picture of his dead son. This is the weapon. This is the weapon they claim we had. This is the weapon, the Quran, the mosque. Amnesty looked into 13 airstrikes by the coalition between May and July in Sada. In one direct airstrike we looked into and visited the site in July, there were a cluster of nine houses and there were four consecutive airstrikes that were spaced out over two hours. 55 people were killed, 35 of which were children under the age of 11. Amnesty also claims to have found the remains of cluster munitions banned under international treaties. Saudi Arabia did not respond directly to Amnesty's accusations but has said in the past that it only targets rebel fighters and has denied using cluster bombs. We're asking for all states to first of all suspend and specifically the US the arms transfer to all members of the coalition given that there are war crimes being committed and two, for the international community to investigate these war crimes. The United Nations Human Rights Body issued a report last month detailing alleged violations of international law by all sides in the conflict. The report does not at any point accuse the coalition forces of deliberately targeting civilians and civilian infrastructure although it does catalogue several specific incidents involving airstrikes that cause large numbers of civilian casualties. In the six months since April, the United Nations says more than 2,350 civilians have been killed in the conflict. Henry Ridgewell, VUA News, London. Thank you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 für die Einwanderung der Armener ist, dass die Wettbewerb des Arbeitsverrückte bezieht, in zwei Jahren. Einwander der erste ist, die sich die Ereignisse auf die Ereignisse. Die Ereignisse, die Erwanderung von den USA ist nicht möglich. Die Einwanderung sind die Geraim, Wadwun und Wachteläge. In diesem Fall, die die Kälte der Kälte sind. Heute ist die Kälte der Kälte der Kälte der Kälte. Die Kälte der Kälte sind in der Kälte der USA, die nicht mögliche. Die Kälte der Kälte der Kälte der Kälte, die Menschen in die Kälte kommen. Sie können die Kälte kommen. In der Kälte kommen, die Kälte kommen. Das ist auch in der Kälte. Das ist eine große große Rolle. Das ist eine große Herausforderung. Es ist ein, heute in Mienau. Es ist ein, heute in Mienau. Es ist ein, heute in die Mienau. Wesen und in der Regel. Es ist ein, heute in den Waren. Es ist heute nicht nur die Arbeit. Es ist ein, heute in die Hand. Und es ist auch mit dem Waren. In Mienau. Es ist hier eine Eieradatung. Die Städte wurde zum Beispiel auf die Häusche. Die Häusche haben. Es ist hier ein, heute in die Häusche. Es hat die Häusche gemacht. Es ist hier ein, heute in der Häusche. Ein heute im Hessischen Häusche. und Mحمد Al-Gabr, und hier ist die Lagen. Wichtig ist, dass die Menschen unter dem den Sagen des Sagen des Sagen des Sagen des Sagenes zu einem Ebenen zu einem Ebenen zu einem Ebenen. Auf dem Eagustus 2019 er hat sich 300 von und 300 von einem Ebenen zu einem Ebenen zu einem Ebenen zu einem Ebenen. Er hat sich zu einem Ebenen zu verhindern. Das ist die Quatschin. Sie haben sie die Erhabe. Wir haben heute eine Ebenen zu verliehen. Wir haben heute eine Ebenen zu verliehen. bevölkerung. W-Khlin, die wir hier haben. Und die Rede ist heute über die Zügekonferung. Die Zügekonferung, die Zügekonferung, die Zügekonferung, ist, was von der Zügekonferung von der Zügekonferung der Zügekonferung voranmessen. Es gibt keinen Einwanderung in die Zügekonferung. Eben ist es nicht so weit, was Rettungsamt mit einem sehr großen Stahlfischen Reibungsgericht Wir haben nicht gewagt, welche die Zügekonferung messen, die Zügekonferung und die Zügekonferung und die Zügekonferung und die Zügekonferung, die Zügekonferung und die Macht auf den Menschenrechten. Ich glaube, dass die Strasbourg vieles Jahr über die Menschen verletzt. Die Zügeküren für die Menschen, die Menschenrechte verletzten. Stenszak, Stenszak, in der Zwischke, ich glaube, dass die Menschen in der Europäischen Union in Strasbourg verletzt. Die Europäische Union ist das Recht. Man sieht man aus den Menschenrechten. Das ist es für die Menschenrechten. in den Menschenrechten. er hat die Menschen nicht auszulichen, dass sie eine Verkaufung von einem Das war, und gesagt, dass die Ersäge für die Ersäge der Ersäge ist, nicht in der Ersäge von der Ersäge des Unternehmens. Wir haben auch, dass wir in der Franssäge der Ersäge der Ersäge der Ersäge der Ersäge des Unternehmens. Warum hat die Frensä gebetet, die in Frensä gebetet hat, um die Menschen zu verhalten? Und sie ist eine große Herausforderung für die Menschen in Europa. Wir haben in der letzten Zeit, was in Frensä was in Frensä. Wir haben uns in Frensä gebetet, was in Frensä einstieg, was sie mit dem Klamen. Das ist eine Art und Weise. Der erste Daudet hat. Das ist ein Geheimnis. Das ist das Klinik. Aber ich weiß, dass die Europäische Union auf die Europäer auf die Europäer ist. Sie haben die die Regierung auf die Europäer auf die Europäer gegründet. Die Europäer Union hat sie in den Europäischen Union gegründet. Die Europäer Union hat der Tadhaur, bei der Jäuha-Korona ist, dass er gar nicht möglich ist. Und sagte, dass die Jäuha-Korona nicht möglich ist, für die Masse für die Tadhaur. Das heißt, was er heißt, die BDS ist, die BDS ist, und 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 die BDS ist, Aber es ist ein Bedeut zu einem Verständnis. Der Grunde den Gebet ist nicht nur am Berlament, und nicht nur der Schereich. Wenn er Farben mit dem Kranium der Kranium und das Kranium der Kranium der Kranium über die Kranium gegrosser Hatschmer, und es ist eine Verstände auf dem Kranium der Kranium. Du, dass dieses Jahr im Wahlkampf Aber nachdem wir uns im § Bürokratien und im § Bürokratien auch im § Bürokratie und im § Bürokratie des Kraniums. Im § Bürokratie des Kraniumaens. wie wir mit dem Bildungsdagen Nezahel-DT haben. Das ist ein Verwalt von dem Islam. Wenn es in der Mitte 2018 war, dass es die Nämsehne zu dem Warten der Nämsehne ist, ist das eine Verwaltzungs-Nämsehne. Das ist eine Verwaltzungs-Nämsehne. Und das Verwaltzungs-Nämsehne ist, dass die Nämsehne die die Verwaltzungs-Nämsehne die in den Nämsehne beurteilen sind, und sie haben diese Verwaltzungs-Nämsehne. Das ist die Verwalt der Menschen, die 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 verabschieden hat, was die die Europäische Das ist die Verwalt. Wir haben hier in der Verwalt. Jetzt ist die Verwalt. Die Verwalt. Hier in der Verwalt. Die Verwalt. Aber die Europäische Europäische haben wir auf die Verwalt. Die Verwalt. Hier haben Sie eine Verwalt. Die Verwalt. Die Verwalt. Es ist eine große Herausforderung. 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 Das ist eine große Herausforderung. Es 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 ist eine große Herausforderung. notamment in der SPD, humour sind eine große Herausforderung. In der jeuffle sensitivationeste mich auch stir designers zu machen. Es ist eine große Herausforderung. Schattenmachbarung auf dem Potnap, Bis zum nächsten Mal.